Hallo, mein Name ist Lisa Bund und ich unterstütze Liebe kennt keine Pause. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch das Recht hat, zu lieben, wen er möchte. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass Homosexuelle in Katar immer noch bestraft werden. Gerade bei einer Weltmeisterschaft müssen Menschenrechte zu den Standards gehören und sie dürfen nicht totgeschwiegen werden.